No be chicken. Chicken live in cage. No can have personality inside cage. Last step is smash cage, light barn on fire, do that, you win. Hier, light barn on fire, Atomexplosion, Traktor in der Mitte zerstört, Fuchstod, Baum umgeschlagen. No one going to eat this chicken. Das ist so geil. Das ist so geil. Ich habe es gesagt, Leute. Ich finde es so lustig und so gut. Oh Mann, hey. Aber ich konnte mich einigermaßen zusammenreißen. Aber Chicken is essential. Ja, genau. Es geht ums Chicken. Seht ihr? Genau deswegen baue ich Chick Slabs. Ich finde es so gut. Das ist so dieses... Das ist so gut geschrieben. Dieser Ausbruch am Schluss. Du weißt, Chicken live in cage. No can have personality inside cage. Das ist in so wenigen Wörtern fühlt sich das so eingesperrt an. Und dann dieses Last Step Smash Cage, light barn on fire und dann das Bild dazu. Das ist einfach so geil. Und dann läuft das Bild direkt auf die Kamera und die Atomexplosion im Hintergrund. Und der Traktor in zwei. Das ist so geil. Und der Fuchs, wie er alle Beine nach oben streckt. Ich finde es super. Minimum Viable Personality. Und der Fuchs, wie es nicht so alt war. zu Ihnen.